Ich will Ihnen einen Rat geben. Sie dürfen keine Gefühle für andere hegen. Jeder andere ist ein Klotz am Bein. Wenn Sie sich um Gefühle von Klötzern scheren, ist das Ihr Tod. Wäre irgendwer oder was mir wichtig gewesen, wäre ich genauso tot. Sie haben Talent. Aber ob Sie den Killer-Instinkt haben, ist abzuwarten. Sie dachte, jeder Mann würde Ihr Gehirn. Das ist fade. Irritierend. Sie sind gefeuert. Warum sprechen Sie? Ich glaube, Sie haben mich geschnitten. Aber das Schöne an Ausgleichen der Gerechtigkeit ist, dass Sie ausgleicht. Haben Sie Feuer? Tun Sie etwas. Machen wir keine Szene draus. Aber ganz genau, das will ich doch. Darf ich bemerken, ich mach das aus? In High Heels. Wie war Ihr Name? Cruella. Ich möchte unartig sein. Dabei. Auf jeden Fall dabei. Diese Kleine. Ich kenne von dir auch eine extreme Seite. Ja, Darling. Wie spaßig das war. Sie hat meine Hunde gestohlen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sie hassen. Jetzt gibt es nur mich oder Sie. Und ich wähle mich. Keine Sorge, es kommt noch sehr viel schlimmer. Perhaps. Perhaps. Perhaps.